die letzte meisterschaft 83 der letzte pokalsieg 87 klasse zu spiel das kürzeste distanz bei dem muss er noch halten da muss überhaupt erstmal rankommen diese reflexe sind unfassbar so ecke kommt kopfball neben sturm eigentlich kein schlechter versuch sie gefährlich aus vielleicht die führung jetzt sie machen nichts draus und das war die chance zur führung aber der abschluss war einfach nicht gut genug er spielte zurück guter doppelpass schoss zur führung unglaublich was für eine parade den habe ich schon drinnen gesehen und dann dieser sensationelle reflex damit endet die zweite hälfte und es gibt keinen sieger z Państwa zum nächsten Mal bei 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 bei